Für den Einsatz von Medien im Unterricht ist es zu empfehlen, vom Unterricht und seinen Elementen auszugehen und nicht von verfügbaren Medien. Es gibt unterschiedliche Modelle, wie man Unterricht sinnvoll strukturieren kann. Im Folgenden soll eine mögliche Variante aufgezeigt und mit hilfreichen Medien ausgestattet werden. Zu Beginn ist es wichtig, Lernvoraussetzungen sicherzustellen bzw. vorhandene Kenntnisse zu wiederholen, damit sie anschließend für die weitere Bearbeitung des Unterrichtsthemas verfügbar und klar sind. Um die entsprechenden Begriffe und Zusammenhänge aufzufrischen, kann ein Video als Wiederholung vorgeführt werden. Ein Online-Quiz zu bereits gelernten Inhalten hilft Lernenden ebenso bei der Wiederholung. Eine weitere Möglichkeit wäre der Auftrag mittels Suchmaschine, bereits gelernte Begriffe nochmals zu recherchieren oder unterschiedliche Quellen zu reflektieren. Als nächstes kann eine erste Begegnung mit dem Unterrichtsinhalt stattfinden. Es ergibt sich mitunter eine günstige Dramaturgie der Unterrichtsstunde, wenn die Lernenden eine bestimmte Problemstellung erfahren, aus der sich die weitere Unterrichtsarbeit rechtfertigen lässt. So könnte ein bestimmtes Video oder ein Bild der Ausgangspunkt dieser Problembegegnung sein. Ein Clip über die Folgen des Klimawandels könnte ein guter Ausgangspunkt für eine Stunde zur Energiewirtschaft sein. Aus dem Bild eines Unfallautos lassen sich Fragen zur Sicherheit oder zur Unfallvermeidung formulieren. Die Problemlösung ist für den Unterricht ein zentrales Element. Sicher spielt an dieser Stelle meist die unmittelbare Auseinandersetzung in einer Diskussion mit der Klasse eine wichtige Rolle. Experimente können in unterschiedlichen Fächern mit verschiedenen Medien dargestellt oder sogar selbst von den Lernenden durchgeführt werden. Je nach Aufwand eines Szenarios kann eine Simulation zur Lösung beitragen. Die Suche nach Informationen im Internet kann weitere Fakten zu Tage bringen. Berechnungen oder die Arbeit mit komplexen virtuellen Modellen ermöglicht Einblicke in sonst nicht vorhandene Szenarien. Im Anschluss an die Problemlösung geht es darum, die Erkenntnisse zu sammeln und abzulegen. In dieser Phase der Problemdarstellung leisten Präsentationsprogramme wie Prezi oder PowerPoint gute Dienste. Digitale Infografiken oder Mindmaps sind andere Varianten für die Darstellung der entsprechenden Fakten. In der abschließenden Phase der Lernzielkontrolle und des Transfers ermöglichen Quizprogramme wie Kahoot einen raschen Überblick über die Klasse. Je nach didaktischem Konzept können formative Leistungsbeurteilungen mit unterschiedlichen Medien unterstützt werden. Dabei können Kenntnisse einfach in einem Testprogramm abgefragt werden. Oder es kann ein Transfer durch die Übertragung des Gelernten auf ein neues Szenario festgestellt werden. Heej! listened. Ich fasse Microsoft Ich Change etwas ganz Obama das Master Indeed mit den Fakten Sie제 Zeit hat sein Expert zu Öltschm clocks. Wir sind alle 펫ckstiltere und Anregierungen in Kino für eine Untertitelung des ZDF, 2020